Computerviren, Hackerangriffe, Cyberattacken, verschlüsselte Daten. Besonders gewerbliche PCs, Server, Rechenzentren und Endgeräte sind täglich massiven Bedrohungen ausgesetzt. Und jeden Tag kommen rund 350.000 neue Schädlinge hinzu, die ihre IT-Sicherheit bedrohen. Aber sie sind nicht allein. Denn zum Glück gibt es ja uns, GoSecurity, die neutralen und diskreten Experten für ihre IT-Sicherheit. Viele Firmen beschäftigen sich heute mit einer Zertifizierung nach ISO 27001. Sie scheuen aber den Riesenaufwand. Geht es Ihnen auch so? Ich begleite Sie zur sicheren Zertifizierung. Ich finde die Schwachstellen in Ihrer IT-Infrastruktur, bevor es die Hacker tun. Erfolgreiche Cyberattacken basieren heute auf Angriffe über Ihre Mitarbeiter. Dabei werden die Gutgläubigkeit und die Hilfsbereitschaft der Menschen ausgenutzt. Mit unseren eindrücklichen Schulungen werden Ihre Mitarbeiter nachhaltig sensibilisiert. Genau. Wir überprüfen Ihre Infrastruktur ganzheitlich auf Schwachstellen. Wir sorgen mit unserer Kompetenz für Ihren Schutz. Wir verstehen Ihr Business. Wir sind absolut herstellerunabhängig und neutral bei unserer Beratung sowie bei der Auswahl der für Sie exakt passenden Maßnahmen. Wir schulen Ihre Mitarbeiter. Aber wir bilden uns auch selbst täglich weiter. Und wir sind immer für Sie da. Für die Sicherheit Ihrer IT. GoSecurity. Die neutralen und diskreten Experten für Ihre IT-Sicherheit.